Yo Leute was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel bei mir, Rocky League spielen wir heute, also Rocky League sollt ihr ja eh nicht kennen, also das ist das Autospiel, wo man da Fußball spielt, ich sag gleich schon von Anfang an, ich bin nicht der Beste in dem Spiel, von weitem nicht, will ich auch nicht spielen, überhaupt nicht, ähm, als kleinen Endfall ich bin ein Controller, weil ich kann das überhaupt nicht und viel Spaß, so Leute, das sind wir auch schon in der ersten Runde, äh ja, LEL, ähm, aber wie schon gesagt, ich bin auf keinen Fall der Ende, weil weit nicht, aber ich versuche es wenigstens etwas spannend zu machen, Oh mein Gott, dieser Schuss, unglaublich Ich weiß, was ich schon etwas merken kann, weil sonst sehen, dass es noch etwas langweilig wird Das ist auch meine erste Runde seit langem, ja, und wenn ihr euch eigentlich noch ein bisschen zwischen Level 12 oder was für Level ich da bin, das liegt eigentlich daran, dass ich, das Spiel schon auch schon ne, äh, Laptop von einem Spiel, ja wohl nicht, Und dann bin ich rundherum Geld 겨ven, ja seik, da bin ich, alles gut sieben, äh, es ist natürlich mega burden, ja, es ist Spaß, 솔직히 nicht so weit sieben Macht sich müde! Ich mach's genauso. Nein! Boah! Abwehrleicht! Ur-Abstahl! Nein, die drohen! Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hab ein Tor geschossen! Zieht euch dieses Tor rein! Boah! Oh mein Gott! Ich hab's da nicht! Ich hab's da nicht! Nein, 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 nein! Nein! Das war einfach mein Teammate. Oder? Ich hab mich geirrt. Ah, Mist! Meine Scheiße! Abstauben, Abstauben, Abstauben! Nein! Als ob sie nicht rein ist. Ah, Scheiße! Wieder zu gut. Oh! Oh! Meins! Es gibt es gar nicht! Eis ab, Mann! Das war nicht! Das ist ein Schaden. Ichere mich so, das ist schon der Schaden. Ich habe nicht in einer Seite genaueraubergege. Ich habe nicht in einer Sperre, die sich zu lassen. Das war schon ein Schaden. Das ist echt geil. Ob das nicht mein erster Ballkontakt war. Eine Minute. Ich will auch da aufholen, ja. Oh mein Gott, einfach nicht. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Als ob die da von dem Leitfaden gestartet. Ich fahre mal mal auf. Das ist gut. Wtf? 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 Die Skills lassen sich einfach nicht ab. Warum klauen die mal wie bei Nidro? Jetzt, Mann! Oh, ist's off! 1-1 1-2 1-2 2-3 2-3 2-3 2-3 1-2 1-2 1-4 Das ist ja schön in der Bortschule. Wann? Scheiße. Ja, 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 ja. Kommen Sie bitte, kommen Sie bitte mal! Nein! Bin ich dumm! Bin ich dumm! Bin ich dumm! Aber ich ernsthaft das vergrüßt, das vergrüßt nie zu geben. Jetzt sind heute mein Deutsch los! Mann! Das ist so eine Scheiße! Ich will gewinnen! Scheiße! Ich geh zuhause, als bräuchte ich den Team mit hin. Ich pack's einfach nicht. Nein! Ich bin dumm! 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 Noch! Ich hol mir jetzt nie drum. Was war denn das von mir? Oh mein Gott! Dieser Schuss von mir. Aber näher bekommt wieder dieser. Das war ein Mist. Was ist das? Was ist das? Ui! Stanzgarten! Mann! Und das Nedro ist auch noch weg! Oh mein Gott! Als ob der gerade alles fährt wird. Seemate bitte! Wir gewinnen! Macht's mir gut! Du bist super! Super Kerl! Grüße sind raus an dich! 1a Kerl bist du! Scheiße! Die Schuss rein! Wenn ich so etwas ganz anders ausdreheben! Boah! Der war nötig! Komm 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 komm! Nein! Nein! Och nein! Nein! Was mach ich da? Oh mein Gott, jetzt bloß nicht verkacken! Neun Scheissekunden! Oder wenn der Ball noch in der Luft ist, ist es noch länger. Aber bitte, bitte nicht mehr! Bitte! Bitte, 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 bitte! Ja, super! So war es lustig! Was, warum fliege ich denn so lange? Nein! Komm auf den Boden, auf den Boden, auf den Boden! Ja! Oh, Thermal! Thermal! Schlafe ich doch! Jo! Als ob ich die meisten Punkte hatte! Jo, Leute! Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es etwas mehr gecuttet war! Ähm... Sagt mir auf jeden Fall, ob ihr mehr davon sehen wollt! Wie euch das Ganze gefällt! Lasst ein Like da! Und bis zum nächsten Mal! Tschüss! Zwischen